Die sind sowas von useless. Das ist ja immer, man braucht die im Buildcraft, weil die irgendein Brennstoff sind oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Na für 25 schon! Ich kann bald verzaubern, aber ich hab nichts... Ich bräuchte auf jeden Fall auch noch... Äh... Warte mal. Ja doch, Sichi. Oh, äh, Sichi. Schon wieder hab ich Sichi gesagt. Ich glaub in der Adventure World hab ich heute auch schon mal Sichi gesagt. Ich brauche auf jeden Fall, äh, eine Diamantenspitzacke für Obsidian abzubauen. Um Obsidian abzubauen. Jetzt nicht um mir ein Höllenportal zu machen, sondern um mir einen Verzaubertisch zu machen. Verzauberungstisch. So, hier war ich grad beschäftigt. Und dann bin ich weitergegangen, weil die Höhle so unheimlich groß ist. Das ist so nice. Ähm, ja, Lapis könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen, ne? Also... Ich weiß zwar noch nicht wofür. Aber für irgendwas braucht man das bestimmt mal. Wenn's nur ist, um damit Blöcke zu bauen. Oh, ich hab noch keine Diamanten gefunden, leider. Hier war ich, glaub ich, auch schon mal, ne? So, ich muss jetzt mal langsam nach oben. Meine Hacke ist bald kaputt. Komm schon. Kämpf, kämpf. Oh, ich kann das... Oh, doch. Ich muss das Eisen liegen lassen. Meine Hacke ist schon sowas von kaputt. Moment mal kurz. So, und dann bin ich wieder. Nein! Uh! Alter, das darf ich nicht machen, ey. Das darf ich nicht machen. Hier ist nix. So, jetzt muss ich jetzt mal den Weg hier wieder rausfinden. Oh. Das war jetzt gar nicht mal so gut. Ich werd einfach mal den Wegen folgen, die nach oben führen. Vielleicht komm ich ja dann raus. Mir wird ja schon mal reichen, in diesen Riss zu kommen, der bis an die Oberfläche führt. Dann bin ich ja schon mal auf einem guten Weg, weil da könnte ich mich hochbauen. Ist auch ein bisschen gefährlich, jetzt mit dem ganzen Stuff hier zwischen der Lava rumzulaufen. Können wir hier noch weiter hoch? Hier. Hier war ich auf jeden Fall auch schon. Hier lang, ne? Ich glaub, hier bin ich gar nicht so falsch. Alter, ich hab voll Hunger. Gute, dass ich da mal drauf geguckt hab. Ich glaub, das Brot wird nicht reichen. Doch. Reicht sogar genau. Da sieht's hell aus. Und es sieht aus wie Tageslicht. Ne, doch nicht. Es war ein Irrtum. Aber hier war ich auf jeden Fall schon. Das heißt, hier musst du ja auch irgendwie rausgehen, ne? Bin ich hier durch die Dunkelheit gelaufen? Bin ich eigentlich wahnsinnig? Da ist nochmal lapis. Hier war ich nicht. Aber hier geht's nach oben. Und nach oben ist schon mal gut. Schaut ab, ihr Scheiß-Feder-Mäuse. Schaut ab, ihr Scheiß-Feder-Mäuse. Skelett? Wo ist ein Skelett? Ich hab da ein Skelett gehört. Lol. Lol. Oh Mann, Scheiß-Feder-Mäuse. Oh Mann, Scheiß-Feder-Mäuse. Oh Mann, Scheiß-Feder-Mäuse. Da ist das Skelett. Piss dich. Scheißegal jetzt. Ich hol mir nicht die Items. Die benötige ich jetzt nicht. Ich benötige den Ausgang. Guck mal, da geht's auch nochmal weg. Scheiße, weg mit dir. Stirb. Nochmal Goldrüstung. Skelett. Achso, ein Skelett mit Goldrüstung. Ah, guck mal, der hat was getroppt. Eine Goldbrust. Ähm. Nein. Nein, da ist er. Boah, ich weiß nicht, was die mir bringen soll. Das wäre geil, wenn man die Items wieder zurückverwandelte. Ich kann den Barren. Dann hätte sich das jetzt gelohnt. Hier ist nichts. Welche Höhe bin ich denn eigentlich? 26. Aber da liegt noch ein Bogen. Sorry. Ich muss mal einen Eimer. Jetzt nehme ich mir das Wasser mit. Das würde ich eh hier weg haben. Alter, da habe ich mich gerade vor die Knochen erschrochen. Erschrochen. Habe ich mich gerade vor... vor den Knochen oder vor die Knochen. Erschrocken. Egal. Bogen haben wir. Oh, mein Schwert sieht nicht mehr gut aus. Meine Spitzhacke sieht nicht mehr gut aus. Da ist schon wieder ein Skelett, was nicht gut aussieht. Ey, lass mich doch mal hoch. Willst du mich verarschen? Dann eben so. Nein, jetzt ist es kaputt. Und jetzt werde ich sterben. Definitiv. Ich muss weg. Ich muss hier raus irgendwie, ey. Raus aus der Höhle. Irgendwie muss ich raus. Und wenn ich rennen muss. Aber wo geht es lang? Ich weiß es doch nicht. Ich darf auch nicht mehr so viel meine Spitzhacke benutzen. Sonst muss ich mir irgendwie eine neue machen. Ich meine, Holz habe ich ja dabei. Oh Gott. Ah. Das hast du gut gemacht, Creeper. Aber hier bin ich falsch. Scheiße, ey. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich will raus. Ich will raus. Da geht es nach unten und nach oben. Das sieht nach Tageslicht aus, Leute. Nein, es ist kein Tageslicht. Mann. Ich komme hier nicht mehr raus. Wenn ich auch nur wüsste, wo ich hergekommen bin. LOL. Habe ich mich erschrocken. Fuck, ey. Ich will nicht sterben. Meine Items sind dann weg. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hier bin. Ach, Mann. Ich bin aber auch so dumm. Ich habe doch an eine Wand irgendwo drei Fackeln gesetzt. Wofür habe ich das eigentlich gemacht? Für nichts? Ja, genau. Geh wieder dahin, wo du eben gerade fast hochgejagt wurdest. Scheiße. Ich habe nichts mehr, um mich zu verteidigen. Ich darf nicht mehr so viele Steine abbauen. So, hier habe ich gesagt, hier geht es noch weiter runter. Das weiß ich noch. Als wenn es gestern gewesen wäre. Wobei denn hier noch mehr Lava? Ist das die Stelle? Ne, da habe ich mich auf jeden Fall nicht vorbeigebaut. Ich hasse es so, ne? Das ist das Schlimme an meinem Kopf. Man verläuft sich immer. Warum ist hier so ein Cleanstone? Äh, Cobblestone. Wen habe ich da hingesetzt? Das Schlimme ist, wenn man so auf die Zombies draufhaut, ne? Da kriegt man auch Hunger. Und ich höre schon wieder den nächsten. Ich gehe mal lieber weiter. Das bringt ja nichts. Alter, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich muss doch 100 pro Jo. Guck mal, da eine Spinne. Zwei Spinnen. Ach du Scheiße. Verschwindet. Geh in die Lava. Los. Rein da. Alle beide. Ja. Ey. Von da oben bin ich auf jeden Fall nicht gekommen. Das weiß ich. Oder? Ne, ich glaube nicht. Aber von irgendwo muss ich gekommen sein. Ich weiß nur nicht mehr von wo. Oh oh. Nein. Oh, zum Glück ist er in die Lava gesprungen. Aber ich bin jetzt so gut wie tot, Leute. Das kann ich nicht überleben. Ja, jetzt ist die Spitzage kaputt. Ich muss schnell was essen. Jetzt bin ich tot. Fuck. Gay. Und ich habe keine Death Points an, ne? Ich habe keine Death Points an. Quatsch. Ach man. Death Point disabled. Oh, wo sind meine Items? Ich brauche eine Zigarette. Das ist so traurig. Boah, scheiße ey. Wir haben so viele Items, wa? Ich muss da nochmal hin. Aber nicht unbewaffnet. Das kannst du ja wohl vergessen. Nein. Quatsch, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich brauche doch zwei. Nicht unbewaffnet. Ich habe kein Holz. Ich habe kein Holz. Oh, da ist ein Creeper, ey. Leckt mich doch am Arsch, ihr Scheiß-Creeper. Komm. Ab ins Wasser. Wir gehen baden. Dann musst du schon in die Luft fliegen. Siehst, da geht doch. So macht man einen Creeper-Platt, wenn man keine Waffen hat. So, reicht erstmal. Ich brauche ja nur, äh, einen Stick. Ich stelle nach Hause nochmal. Hui. Ups. Das war einer zu viel. Schwert. So, auf geht's. Komm. Ich muss meine Items haben. Komm schon. Ich will meine Items wieder haben. Das war so viel. Verpiss dich, du blöder Zombie. So, jetzt muss ich mir aber merken, wo ich hergekommen bin, ey. Was geht hier so sau tief rein? Aber ich muss erstmal die Items finden, warte. Das ist ja das Problem. Das ist das größte Problem von allen. So, hier war der Riesenraum. Da bin ich, glaube ich, da hoch, ne? Aber von hier bin ich... Ach, ich habe gar keine Fackeln zum markieren. Ich habe gar nichts zum markieren. Egal, ich versuche jetzt einfach, das zu finden. Anhand von Anhaltspunkten. So, da bin ich nicht lange gegangen. Das ist viel zu dunkel. Hier bin ich lange gegangen. Warum eigentlich? Hä, hier ist ja auch voll dunkel. Aber irgendwo muss ich da lange gegangen sein. Hier war es auf jeden Fall nicht. Das geht ja schon mal gut los hier. Bin ich hier lange gegangen? Nein. Hä? What the fuck? Ich bin so blöd, ich habe auch nichts, um mich hochzubauen. Außer zwei Holz. Ich muss voll aufpassen jetzt. Ich hätte mir eine Spitzhacke machen sollen. Ich trottel. Moment. Ich bin doch hier rein, oder nicht? Anscheinend nicht. Wo bin ich denn lang gegangen? So, warte mal. Jetzt mal ganz langsam. Jetzt mal ganz langsam. Ich bin doch von hier gekommen. Und es gibt nur einen Weg. Oder? Ich bin doch nicht da lang gegangen, oder doch? Ich habe mich doch da extra hoch gebaut. Ja klar, hier bin ich doch nicht lang gegangen, Mann. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Ich finde den Eingang von meiner Höhle nicht. Weil da keine Fackeln sind, oder was? Ich habe doch überall Fackeln gesetzt. Jetzt wird es aber hier lustig. Hier war es auf jeden Fall nicht. Meine Mutter ruft gerade an. Ich muss mal kurz die Aufnahme pausieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Leider habe ich jetzt schon fast keine Zeit mehr. Scheiße, ich brauche meine Items, ey. Fuck. Ich müsste eigentlich schon weg sein. Da unten ist hell. Ja, hier ist eine Fackel. Hier geht es nach draußen. Okay, das muss ich mir merken. Hier muss ich zurück. Oh, ich komme hier nicht weiter. Oh, das ist doch richtig scheiße. Fick dich, du scheiß Gelände. Oh, ich habe doch ein Schwert. Ich habe doch ein Schwert. Fuck, ey. Ich hoffe, ich bin jetzt schon in der Nähe. Ich muss los. Ich muss los. Ich muss schon weg sein eigentlich. Oh, fuck. Nein. Ich brauche neuen Stub. Okay, wo bin ich hier? Das ist eine sehr gute Frage. Hier bin... Oh, Gott. Nee, hier kann es nicht sein. Scheiße, ey. Hier bin ich hergekommen? Mann, ey. Wo bin ich denn langgegangen? Ist das halt nur eine Fackel? Oder habe ich mich gerade verguckt? Hier ist Lava. Aber das könnte trotzdem richtig sein. Das könnte trotzdem richtig sein. Nee, kann es nicht. Ist zu. Da ist ein Creeper. Zwei Creeper, genau. Ach, bin ich behindert. Na gut, Leute. Wir müssen mal gucken. Ich hoffe mal, die Sachen bleiben jetzt gespeichert. Dann muss ich in der nächsten Folge nochmal suchen. Weil ich habe jetzt echt leider keine Zeit mehr. Tut mir echt leid. Bisschen stressig heute. Na gut. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge dann wieder ein. Wenn es wieder heißt, let's play Minecraft. Und ich sage, bis bald. Ciao.